Ich darf endlich wieder Besuch bekommen, weil ich kein Corona mehr habe und meine beste Freundin übernachtet heute bei mir. Wir werden uns auf jeden Fall einen gemütlichen Mädelsabend machen und ich bereite jetzt alles einmal vor und nehme euch dabei mit. Als erstes befülle ich jetzt erstmal hier diese Platte mit ein paar leckeren Süßigkeiten. Dann schauen wir mal, was ich hier alles so Leckeres zu bieten habe. In die Mitte mache ich jetzt erstmal Nerds. Und dann nehmen wir einmal hier diese sauren Stangen. Und dann haben wir einmal KitKat Strawberry. Und dann haben wir noch einmal Oreo Mini, auch mit Strawberry Geschmack. Und dann nehmen wir noch einmal Kisses Birthday Cake. Wie cool sehen die bitte aus? Dann dürfen natürlich bei den Mädelsabend die Masken nicht fehlen und da schauen wir mal in meinen Mini-Kühlschrank. Ich nehme erstmal diese Eyepatches, die sind so süß. Und dann nehmen wir noch Masken. Einmal die. Und die. So, ich habe das Bett jetzt soweit ready gemacht. Die Masken kommen jetzt hier auch noch hin. Dann noch mein kuscheliger Squidi-Anzug. Wir werden auf jeden Fall gleich noch Sushi bestellen. Und dann werden wir uns einen gemütlichen Abend machen.